hallo leute und willkommen hier bei me apple cat und zu teil 2 unsere star wars tie advanced star fighters ja den wir hier zusammenbauen soweit sind wir in teil 1 gekommen das heißt die mittelkanzel die haben wir fertig bekommen hier mit den schön aufgedruckten clear teilen hier vorne mit den shootern hier oben mit der klappe die man öffnen kann um dann ins innere reinzuschauen und die seitenausleger mit telefonhörer sind auch schon soweit durch die rückseite ist fertig und wir sind quasi an dem punkt hier stehen geblieben und jetzt wird hier mal ordentlich noch angebaut da wollen wir uns heute darum kümmern und wir legen hier in der anleitung los auf seite 8 was dann baustepp nummer 2 wäre also soweit hat alles sehr viel spaß gemacht wer es noch nicht gesehen hat ich verlinke euch das erste video in der video beschreibung und sage auf geht's jetzt wird hier aber mal in die breite gebaut und das geht ratzfatz daher große teile verbaut werden wie zum beispiel hier diese technik rahmen die werden hier mit dem pin zusammengesteckt einer zwei drei vier fünf sechs und sieben und davor noch einer acht und dann geht das wirklich sehr sehr schnell voran hier unten drunter wird alles damit platten noch verkleidet dass wir eine bessere stabilität bekommen und hier kommen dann jetzt schon weitere aufbauten mit dazu dass hier sind alles diese abgeschrägten ja diese slope steine oder wie man die nennen möchte die hier unten drunter jetzt schon gesteckt wurden und natürlich gibt es wieder haken denn haken sind ja eine ganz große sache hier bei diesem set also wollte ich euch mal kurz zeigen jetzt geht es hier richtig flächenmäßig in die breite wenn ich das mal die vergleiche mit der cockpit kanzel die wir bisher gebaut haben ist etwa es ist gleich breit nur weil das ist wahrscheinlich auch das teil was dann da später dahinter kommt ich denke mal so in die art und weise aber da kommt jetzt noch mehr dazu bisher hat auch kein teilchen gefehlt die technik elemente und die pinne hier die lassen sich ganz gut zusammenstecken wobei die nicht so toll zusammen klicken meistens ich zeige euch das mal eben hier haben wir noch mal so ein technik teilchen und dann stecke ich da mal den pin rein und wir hören mal genau hin ja gut bei dem war es jetzt einigermaßen okay der hat jetzt ein bisschen geklackt manche klacken gar nicht erst und dann hört sich das so ein bisschen nicht so stabil an einfach aber das hält alles gut zusammen ich gucke mal hier noch ein anderes löchlein mit der anderen seite wir stecken das ding zusammen und ja da klackt es dann doch wieder okay also passt soweit alles und die sind stabil also die fallen hier nicht raus das heißt wenn ich das jetzt noch mal hier rausholen möchte und da brauche ich schon beide hände und ich bekomme es nicht mehr raus kommt schon ihr seht also da ist genug halt drin das wollte ich euch damit mal kurz hier demonstrieren also wir sind auf seite 10 bei bauabschnitt nummer 9 so sieht es aus und jetzt wird hier noch weiter verkleidet mit platten 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 massiv ist er geworden schon unser tie fighter advanced so sieht er von unten aus viele platten die alles stabilisieren dann hier noch mal ein paar jahr längere elemente die hier aufgebaut wurden auch mit platten und ganz interessant hier dieser abschluss der wurde mit fahnen gebraucht kann man hier wunderbar sehen das waren ja diese haken die ich eben euch schon gezeigt habe haken 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 hier haben wir also die haken und da werden diese fähnchen dann reingeklippt ganz einfach und dann einmal hier umgedreht herum geklappt und somit bekommt man hier eine leicht keilförmige form hin und eine relativ glatte front man sollte es natürlich noch ein bisschen gerade schieben so dass es auch ordentlich aussieht schade ist dass ich hier auf eine der fähnchen hier so einen blöden kratzer drauf habe könnte man natürlich einfach umdrehen aber dann hat man hier diese guss nasen unten drunter und das sieht auch nicht schön aus also habe ich mich hier lieber für den kratzer entschieden aber ansonsten ihr seht das teil ist schon groß es ist durch diese bauweise wo viele platten übereinander gekommen sind auch sehr robust und stabil und die oberseite die wurde schon ein bisschen schick gemacht einmal hier mit diesen platten wo nur eine reihe noppen hier unten drin ist kenne ich so oft von von den minifiguren wo dann auch so was dabei war dann haben wir hier diese abgeschrägten platten hier noch mal eine fliese dann 3 2 x 3 fliese noch mal so eine platte und so wurde das dann hier verkleidet also ihr seht da wurde ganz viel hier mit platten jetzt gearbeitet wir haben hier die schichten mit den bausteinen unten platten oben platten bomben stabil und dann hier noch ein paar verzierungen natürlich wieder die telefonhörer und ganz viele von diesen haken ich gehe mal davon aus dass hier später noch solche stäbe reingeklippt werden wie das ja auch ganz viel beim millennium falken der fall war aber soweit ja nimmt das teil deutlich an formen an das hier ist bestimmt die rückseite und der bau macht spaß bisher immer noch kein fehlteil toy 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 und wir bauen dann mal weiter ich war jetzt hier auf seite 14 die machen auch seite 15 mit bauschritt 8 19 weiter ja und da haben wir doch schon die stäbe die hier reingeklippt werden also wunderbar legen wir los und machen weiter manchmal ist der sprichwörtliche zentimeter eben doch entscheidend und das gilt besonders bei dem letzten baustepp den ich hier gemacht habe viel ist nicht passiert wir haben hier ja massig technik pinne reingedrückt zehn stück an der zahl hier zwei hier zwei da drei und da noch mal drei an der seite aber was ich jetzt mit dem zentimeter meine ist hier bei diesen verzierungen ihr seht was ja alles so obendrauf noch gebaut wurde hier diese kleinen erfahrenen teile einmal in dunkelgrau die hier dann so umgebogen werden ja sieht dann so aus nett so hat man eine interessante form dann erreicht und dann wurden hier eben die besagten stangen reingeklippt alles gut die halten wunderbar und der entscheidende zentimeter der ist hier denn hier seht ihr habe ich auch so eine stange reingeklippt und ja da kommt sie nicht ganz bis zum nächsten haken dahin und ich habe extra noch mal genau nachgeschaut und verglichen aber ich habe so richtig gebaut und telefonhörer zweimal rund telefonhörer zweimal haken haken dann hier oben jumper plate verzierung jumper plate haken jumper plate verzierung jumper plate haken passt alles soweit und dann ja soll der spaß hier reingeklippt werden und zwar da und da und da und ja da eben nicht also hier passt nicht lang erklärt kurzer sinn passt nicht aber ist ja kein großes problemchen ist wahrscheinlich einfach nur die falsche größe dabei dann setze ich hier den haken einfach eins tiefer und dann ist die sache wieder okay zack zack und schon passt das ganze und ihr werdet keinem verraten ich werde keinem verraten und dann sieht die sache wieder gut aus wobei die lücke sieht schon egal passt auf jeden fall ja soweit sind wir gekommen und damit wäre der bereich hier auch schon fertig und kann verheiratet werden hier mit unserer kommandokapsel und das geht jetzt folgendermaßen ihr seht ja hier die technik pinne da und da und die werden einfach jetzt hier in die seite reingeklippt einmal hier in die zwei und einmal da in die zwei und dann passt das oder sollte das ganze passen ich habe es noch nicht ausprobiert also machen wir es direkt mal und ich klippe hier zusammen passt und passt wunderbar das war es doch schon also jetzt haben wir einen großen schritt hier nach vorne gemacht und das teil es ist bis auf die klappe oben seht ihr robust und massiv das kann man überall anpacken alles wunderbar also unsere kapsel die hier mit vier pinnen angesteckt wurde sieht doch gut aus wunderbare sache und dann hier das massive mittelteil nimmt formen an also wenn ich mir jetzt noch dabei denke ich zeige euch mal kurz das bild noch mal auf der anleitung nur so zur veranschaulichung ja da kann man das schön sehen wo wir jetzt sind wir haben jetzt also hier unsere kapsel so und dann haben wir jetzt hier noch den hinteren teil schon mal gebaut das ist dann da da sind wir in der länge im prinzip schon fertig hier vorne kommt noch ein bisschen verzierungskram irgendwie später drauf und natürlich hier seitlich da noch die flügel und wenn die dann hinkommen ja das wird schon mal noch ordentlich an masse dann zunehmend das set aber soweit alles wunderbar kein fehlteil naja gut man kann es doch noch nicht ganz überall anpacken also hier ist mir jetzt ein teil noch runter geflogen aber das wird mit sicherheit später auch noch irgendwie stabilisiert dann ist ja noch relativ nackt alles hier unten drunter und da wird schon noch ein bisschen was dazu kommen was wollte ich sagen hat alles soweit spaß gemacht immer noch kein fehlteil toi 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 und es war auch recht abwechslungsreich vom bau also es hat spaß gemacht zu bauen muss ich sagen interessante bautechniken die man so heute von lego gar nicht mehr so kennt zumindest ich nicht so wurde wohl früher öfters gebaut dann merkt man auch dass hier noch teile benutzt wurden oder dass hier oft lösungen gebaut wurden für teile die es mittlerweile gibt und wo jetzt anders gebaut wird eben weil das hier ein älteres set ist und da gab es noch nicht all die teile ja macht auf jeden fall riesig spaß und jetzt werden wir hier gleich an die flügel kommen beziehungsweise der ständer der wird jetzt hier bald mal gebaut werden ach klar damit man auch ordentlich mal die flügel anbauen kann also dann geht es jetzt weiter dieses teil die habe ich jetzt nicht einmal nein gleich zweimal gebaut ja hier wiederholt sich jetzt ein bisschen was beim bauen denn das hier ist die verzierung 1 habe ich schon hier angebracht hier vorne könnt ihr sehen dass dieses verzierungselement das jetzt hier von vorne so zu sehen ist so ich stelle es noch ein bisschen weiter an da kommt jetzt eins hier so unten dran das andere das liegt hier noch das kommt dann hier auf die seite und dann kommen auch jeweils noch hier oben welche dran und man sieht das wird wieder mit den guten alten haken hier alles festgehalten denn da hier kann man es schlecht sehen deswegen habe ich es noch nicht ganz fertig gebaut denn hier werden die einfach nur reingeklebt hier rechts und links da sind die befestigungen für die beiden haken und dann kommt das teil einfach hier drauf und ich schaue mal ob ich das hier jetzt so mit einer hand quasi live hinbekomme vielleicht auch so dass ihr was sehen könnt also angelegt schauen dass das hier mit den haken passt und schon drin so da haben wir es das ist jetzt die unterseite und hier sieht man auch hier sind diese diese gelenkteile drin wo man immer so ratsch ratsch immer so stufenweise das dann verstellen kann damit man hier vorne dann eben auch ja die gute form hinbekommt drehen wir es mal um und so sieht es dann jetzt von vorne aus ja gut und jetzt denke ich mal bauen wir noch mal hier diese oberteile dafür zusammen mal eben schnell schauen oder gar nicht hey gar keine oberteile die kommen später gut denn das hier war ziemlich wiederholend jetzt kommt der ständer und dann wird unser ja advanced tie fighter hier mal aufgebockt aber ist hier überhaupt schon die naja hier das hier wird die aufnahme sein denke ich für den ständer da wird er wohl reingesteckt werden und hier ich glaube der hat zwei aufnahmen wie es aussieht einmal hier einmal hier und das kommt dann hier und hier rein damit er stabil steht sehr schön wunderbar also auf zum ständer bau oder stanzusbau das hier ist der eindeutige beweis freunde das hier ist doch ein älteres uc asset wie ich euch schon gesagt habe erkennt man direkt daran dass hier die platte wo später dann unser typen schild also hier der aufkleber drauf kommt dass die gebaut wird und nicht ja schon ein fertiges teil ist sondern die besteht hier hinten aus zwei so länglichen platten das sind ja vier mal irgendwas auf jeden fall länglichere platten und die werden dann vorne komplett hier zugefließt mit diesen lang fliesen den schwarzen und ich bin mal gespannt da sieht man bestimmt hinterher die fugen ein bisschen durch und da kommt dann hier das typen schild noch drauf klebe ich nachher in ruhe und dann wäre der bereich schon mal fertig und hier steht der ständer der stand fuß ja auch ganz nettes teilchen baut man hier viel mit den ganzen schwarzen teilen zusammen ihr seht wir haben hier liftarme viel technik verbaut viele pinne ineinander gesteckt und dann funktioniert das schon am anfang dachte ich noch ganz nett vielleicht ein bisschen wackelig aber haben sie ganz schön gebaut und ihr seht wir haben hier einen mechanismus dabei dass wir später dann ja den winkel noch ein bisschen verändern können wie eben hier unser modell dann stehen soll das ist schön rastet auch richtig gut ein einmal nach hinten gestellt rastet ein ist stabil nach vorne gedrückt rastet ebenfalls ein und ist stabil hier kann man schön sehen wie das funktioniert also ganz simple lösung und hier drin haben wir noch mal eine achse eingebaut als stopper sozusagen klappt gute sache dann hier vorne noch mal platten drüber gesetzt oder eine platte damit das alles stabil ist komischerweise ja keine ahnung warum die platte hier unbedingt in diesem dunklen grau sein muss und nicht in dem schwarz damit es mehr aus einem guss aussieht genau wie hier diese zwischenteile das hätte man auch alles in schwarz machen können hätte ich persönlich schöner gefunden aber egal schauen wir mal so sieht es im endeffekt aus alles gekontert und hier stabilisiert mit einem liftarm und auf der anderen seite so sieht es aus bevor der liftarm drauf kommt also hier nur das teil hier auf die noppen gesteckt auf die noppen gesteckt auf die noppen gesteckt das würde natürlich im leben niemals halten deswegen kommt dann hier noch so ein liftarm drüber und dann ist das ding stabil gebaut ja und die platte die kommt hier am ende einfach nur hier vorne noch mit drauf so in etwa genau und dann steht die platte da noch dabei okay dann mache ich mal noch flott hier den liftarm drauf auf kleberchen und dann stellen wir unseren soweit schon fortgeschrittenen tiefighter mal auf seinen standfuß da steht er schon und ja wie vermutet hier kann man es ganz gut sehen dass ich hier diese einzelnen fließen durch den aufkleber abzeichnen also nicht so schön gelöst wäre schöner gewesen leppin hätte direkt so eine richtige platte beigelegt aber sie haben sich damals stoich an das alte konzept von lego gehalten und wird glaube ich im laufe der zeit nicht wirklich schöner werden außerdem habe ich ihn nicht perfekt gerade drauf bekommen aber wenn das ding einmal klebt abziehen ist nicht mehr freunde also ganz sorgfältig ausrichten denn wenn es einmal klebt dann könnt ihr auch wenn es bisher nur zur hälfte klebt das ding nicht mehr abziehen könnt ihr knicken ja und wie gesagt knicken können wir hier die flugbahn von unserem oder die die ausrichtung von unserem tiefighter einmal so und einmal so in die aufrechte position das funktioniert gut die aufnahme dagegen die ist ein bisschen schwierig ich versuche mal euch das zu zeigen dafür kibbel ich ihn mal und er wird einmal hier eingesteckt und einmal hier eingesteckt und das fand ich jetzt hier beim ersten mal etwas hakelig wenn ich ehrlich bin also das hat nicht so perfekt gut funktioniert so einhändig kann man den hier haben wir eben nicht schnell einstecken würde ich sagen mal schauen ne also es ist ein wenig hakelig doch jetzt habe ich jetzt habe ich ihn drauf also es funktioniert also versteht mich da nicht falsch aber es ist nicht so einfach wie jetzt bei anderen sets oder wie beim x-Wing zum beispiel der nur eine aufnahme hat aber funktioniert hält und ja was will man mehr so jetzt haben wir den dicken hier schon ganz ordentlich fertig gebaut oder weiter gebaut besser gesagt fertig sind wir noch lange nicht wir sind auf seite 23 und wir enden ja auf seite 43 das heißt 20 seiten haben wir noch das hier sind die ganzen teile die ich noch übrig habe also da haben wir noch einiges liegen auch hier noch einiges in schwarz und mal schauen wir spicken noch mal kurz ja als nächstes werden die teile gebaut also die gegenstücke zu denen hier das was hier oben noch mal drauf kommt und hier noch mal drauf kommt zweimal das gleiche und dann ja ist glaube ich der komplette mittelteil auch fertig gebaut aber das soll es für heute gewesen sein freunde weiter geht es in teil 3 mit unserem ucs star wars advanced tie fighter dem gefährt von das weider mit dem er hier luke durch den todesstern gejagt hat coole set soweit finde ich hat schöne baulösungen und macht wirklich spaß ein paar teile ja die wiederholen sich jetzt natürlich wie zum beispiel hier die die ich zweimal gebaut habe die zweimal gebaut und die flügel die wird man auch zweimal bauen müssen aber ansonsten cooles set also seid gerne beim nächsten mal wieder dabei und wenn ihr es kaufen wollt der link der ist hier unten in der video beschreibung also bis dahin macht's gut